meine damen und herren hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf der alde grad im ls.lpn.de zusammen mit dem film einen wunderschönen hallo hast du gerade wieder einen teil im retool genuckelt oder was so nein ich mag die zeit zum mitten reinrauschen gehören vielleicht war es nicht ich dachte mir schon so hat er jetzt verbindungsprobleme beißt er wieder auf sein mikro so wir sind natürlich wieder fleißig heute bei der mission abzuschliessen hoffentlich vielleicht ein bisschen glück so kreisverkehr ok also anscheinend ist der schwader nicht geeignet wenn man mit dem ein bisschen über den bolstein fährt ich bin gerade minimal hängen geblieben und was auch immer warum lasst ihr den nicht hier oben stehen gleich wenn ich schon runter fahr also im prinzip ist der wurscht ob ich mit was dran runter fahre oder mit wix dran also meine meine meinung so äh du hast die presse ne dann brauche ich einen ballenwickler jo ich hole da gleich den ballenwagen so also schon mal dass ich die quaderballen gewickelt habe wenn mehrere gewickelt haben war damals auf der stoppenbach nee auf der rade hatten wir da quaderballen gerade in stadtbach hat er früher aufgehört ja aber ich habe da ich habe da bei der rade nie ballen gewickelt nicht nie ich glaube nicht also ja auch hier ist es der meinte es ist schon immer mehr ob ich glaub's nicht weil ich kann mich auch täuschen das können sein relativ mittig und lebe glaube ich mal zu kommen an sein wir sind sie genauer auf dem im anfangs zu den Platz und gewesen sein bei uns ok denn irgendwas mit autobestanden also alles gut wie der kreisverkehr ist sie gibt in der stadt hei 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 das hätte ich gar nicht erwartet du du fährst doch eh mal bis 2 du fährst doch maximal 2 ja aber trotzdem zwei kreisverkehr ja hast du einen ballen gefunden oder was anderes ein auto also ja ok die fahren bei uns ist ja vorbei ne ich fülle wirklich nur nuss aus ja ich bin hier entgegen gekommen ich bin auch hinten und schwein er popp mögen gut hoch ach so ja ok wenn er so ist dann tut's mir leid aber dann muss ich überholen ja wunderbar perfekt in der Kurve ich sehe nie ob von wo von wo was kommt und wenn man vom tippel spricht alles gut ich sehe mich auch mal so dass wenn du in Außenansicht bist dass du mal irgendwo poppende vögel hörst Nein. Das sind so drei oder zwei auf einmal so geil Offset dreieinander. Also, ähm, muss ich sagen, nee. Also ich weiß nicht, ob das eine von den Zuschauern hat, aber ich hab's bis dahin noch nicht gemerkt. Auf jeden Fall, wenn dann die Registrierte... Ich wollte dir das echte Mann gehabt. Das ist jetzt wieder falsch, aber ja. Nein, Flo, du bist immer alles lächerlich gezielt. Ja, du hast schon Puppen-Puppen-Vögel geredet, also. So klar, dass ich das dann drauf schließe. Puppen-Puppen-Vögel. Ja, da kann keiner sagen, ich hab was Beverses gezeigt. Ich hab's unformuliert. Ja. Jetzt wird's dann noch als Skarfe gestuft. Eieieiei. Oh, schon wieder. Oh, ja. Oh, ja, ich hab heute nichts fertig. Boah, ich kenn die gar nicht mehr, ein weißer Pulli. Ich kenn die nur schwarz-Fulli, aber weiß. Hat die schon lange nicht mehr. Jetzt muss ich dich vielleicht ranhalten, ne? Ich weiß nicht, ich bin grad am zu... Oh Gott, da ist er schon. Hast du nicht dabei irgendwie... Ähm. Alter! Ich hab jetzt draufs Arsch, ne? Was war das denn gerade, Junge? Ich weiß es nicht. Ich dachte schon zu kurz und der Pferd ist vollstock in mich hinten rein. Ich seh's schon kommen. Aber nee. Boah, hab ich geklappt. Es ist wichtig denn das. Ja. Ich seh's. Jetzt ist der Reifen neben meiner Ringens drin. Äh, du könntest... Du könntest... Du könntest... Währenddessen wieder was Produktives dusch, aber bist du weg. Ähm. Die da die Steier schnappen und weiter Heuham fahren. Oder verkaufen fahren. Ich verfüttern. Oder das Ballen, wollen sie reingehen? Ah, geht doch. So, ich bin hier ne Weile dran, ne? Hast du den großen oder den kleinen Steier? Ich hab meinen großen. Ich weiß nicht, Ballen wickeln 180 PS, let's go. Ähm. Da steht nicht hier 190 oder so. Oder 190, irgendwie so war dem den Dreh. Ich kann eigentlich kurz nachgucken, bis der wickelt. Äh, das ist deiner. Ja, ich hab 195. Du hast 240. 180, 100, 135. Loll, unser... Von den PS-Tagen her ist unser Drescher sogar niedriger als wie dein Steier. Das war mir schon klar. Das hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht erwartet. Ne, der ist ja nicht groß. Ja. Hat er auch kein Allrad und alles. Gibt's Drescher mit Allrad? Ja, ja. Echt? Ja, ja. Ja, ja. Schon lang. Habe ich so richtig noch gar nicht jüngens mitgekriegt? Ne. Ist das da vorne im Ball? Ja, aber der... Ach, der liegt immer mal quer. Neunzendorf gibt's eine, also... Neunzendorf. ур invade nicht den Park ProIS-Tagen. Neunzendorf gibt's einen. Der hat... 冯zendorf nicht den wei was verpasst nicht. Die haben Bod Björäm, der hat einen Drescher mit Allrad. OK, ich weiß doch dass wahrscheinlich nicht der Drescher, aber dass der Allrad... Ne... also ich weiß ich tatsächlich nicht. Doch, die haben alle Eirat. Das hab ich nicht gewusst. Einen, der wo Glas hat. Ich bin ja gerade am überlegen, ob wir von den Ballen wirklich einen Timelapse machen sollen. Weil es sind doch ein paar viele. Kannst du gerne machen. Ja, okay, dann machen wir wieder einen Timelapse, dann weil... Wir haben nicht so viel Stoff, um die ganze Folge jetzt da wieder auszufüllen. Jetzt werden wir wahrscheinlich, so wie ich das hier sehe, mindestens zwei Folgen werden, bis wir fertig sind. Und deswegen knüppeln wir mal Timelapse rein. Und sehen uns dann später wieder am Ende, wenn wir die Ballen hier gewickelt haben. Bis gleich. Ja, I can't see right through that disguise. . Untertitelung. BR 2018 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 ja es ist immer so als minuten in der mädchen und auslaut unterwegs zum abladen okay du kannst gleich weiter bei uns haben und ich kann sagen soll das stets abgeladen und kann man das teils zusammen kloppen kannst du die Wiese stehen lassen nur warte ich muss stoff 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 sie ist fast Verabströmt soll das jetzt grade des jetzt machen muss aber da muss ein Sammel hier ja fürs letzte auch noch keins scheiße naja ja ne so ja passt dann machen wir den hier den hier so dann passt die Seil wieder dann können wir mal kurz nachgucken wie viel prozent haben wir denn von der 20 prozent das wird jetzt dann gleich alles abtreibt aber die kann ich abschließen 1.800 euro kriegt wunderbar sondern das heißt den park mit aber ein feldrand weil wir mal sagen lohnt sich nicht in diesem irgendwo hinzufahren und so warum hier wieder raus wunderbar dann müssen wir nach hause wie viel liegt denn noch vorhin an heu relativ viel ich habe zwei vorhin weggebracht also ist die wiese bei uns oben schon fertig oder liegt da noch was ne ich bin unten gleich zur feld 1 gefahren weil der ladewagen so schwer ist ja von dem gibt es übrigens auch ein update das werden wir dem nächsten jetzt auch machen vielleicht ändert sich ja dann ein paar sachen was man natürlich hoffen könnte guckt mal einmal kurz woanders hin aber ich weiß nicht wieso ich so schief hängen hat jetzt auch hat er zum kohlen der zahlrechte kohlen zu beantwortet zum kohlen beziehungsweise soll die zäune so das war eigentlich immer der meinung der den armen den fahr um 35 er geht es geht schnell also es werden auf jeden Fall gut an Ballen auch was für uns jurig bleiben aber im Prinzip soll dem wir dann auch gleich verschärbeln oder nein Biogasanlage rein würde ich so das sagen ja meine ich ja wenn wir sie halt bei 100 BG an hauen wenn wir sie schon haben bietet sich ja ich weiß nicht kommt da jetzt Gerisch der auch raus ja ne ja wenn ich nur kein Anschluss sehen ob so richtig abzapfen kann also das war aus der anderen Zeit es war rausstehen ist hoher er ist alles gut der umfällig lang ja ich seh dir so man wie das ja wenigstens mehr anders was man entgegenkommt aber nein da war der Steirer schneller aber wie schnell wie schnell läuft der Waldbruch 50 ja ok so wo wir zum allerbesten nicht hoch schauen ne ne 47 ja jetzt schon weil es weg auf geht war der Feuerwehr schneller unterwegs und ich muss ein Steirer schon ein bisschen kämpfen hier hoch aber ok ist da gleich noch so ne ne so ultralange zu fahren und und ich bin schon ab bisschen aufbauen wir sind alle drei rumgeschraubt aber nur minimal weiter mit von den 4 ich sag's mal so so ist glaube ich besser so glaube ich wenn ich sagt das ist jetzt fast ja ja glaube ich auch ja ich habe vorhin mein kaputt bei uns am hof an der wiese oben noch was fragt aber da schon ist dann haben wir das letzte mal nicht wird vor der flanken oder haben wir das letzte mal alles mit jetzt haben wir das letzte mal stehen genau ja genau stimmt bei nur so glanzvizeleit bei mir war ich schon voll war fast das habe ich schon mitgenommen dann sind wir hier jetzt so rinder bitte bleibt aber ja trotz timelapse sind wir heute auch schon wieder fertig liebe leute jetzt kommt nur durch die abmoderation die niemals leben darf ein däumchen mehr ein däumchen im kurs doch auch kein cent und den roten knopf gerade werden falls wir nicht haben die glocke aktivieren damit du nichts mehr verfasst und das war von mir dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren punkte hier auf der allen gerade immer das neue sein pin die jetzt zusammen mit philipp und bis dahin macht es gut haut rein und ciao fall so und also